Hi, ich bin die Sydney. Hi, ich bin Julia. Wir machen zusammen einen Crossfit-Kurs. Wir stehen aus heute insgesamt zehn Übungen. Das ist ein Intervalltraining. Wir haben jetzt am Anfang 45 Sekunden Power, aber dafür immer 15 Sekunden Pause. Ich erkläre am Anfang immer die Übungen, was wir jetzt machen. Sobald wir dann sagen, los geht's, gebt mir dann schön Gas. Am Anfang machen wir jetzt noch ein kleines Warm-Up, um ganz entspannt reinzukommen. Und dann möchte ich nicht mehr sagen, außer viel Spaß. So, wir fangen am Anfang an, Beine locker zu marschieren. Okay? Die Arme über die Seite hoch und tief. Nase tief. Ein- und ausatmen. Ein- und aus. Letztes Mal. Tief ein- und aus. Achtung, die Schultern kreisen. Schön hoch. Hoch. Zieh. Hoch und tief. Sehr schön. Große Bögen. Beine locker mitlaufen. Die letzten. Vier. Drei. Zwei. Die Knie kommen nach oben. Schön hochziehen. Sehr schön. Bauch ist angespannt. Schultern sind zusammen. Arme locker mitschwingen. Sehr schön. Noch acht. Sieben. Sechs. Fünf. Noch vier. Drei. Zwei. Nach hinten. Letztes Mal zurück. Die letzte. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Noch vier. Drei. Zwei. Letztes Mal zurück. Die letzte. Acht. Sieben. Bauch fest. Sechs. Fünf. Noch vier. Drei. Zwei. Eins. Und locker die Beine. Sehr schön. Warm-up haben wir geschafft. Wir kommen zur ersten Übung. Achtung. Die Beine werden geöffnet. Die Knie nach außen. Wir gehen tief. Zusammen. Und tief. Hoch. Tief. Okay. Bereit. So. Nochmal durchatmen. Noch drei. Zwei. Eins. Los geht's. Und tief. Hoch. Tief. Sehr schön. Knie schön nach hinten. Oberkörper auf. Weg. Tief. Sehr schön. Blick geradeaus. Schultern tief. Und atmen. Tief. Schön tief gehen. Spannung spüren. Sehr schön. Noch 20 Sekunden. Durchatmen. Beine schön öffnen. Knie hinter die Zehen sitzen. Noch 10 Sekunden. Noch 5. 4. 3. 2. Und Pause. So. Zweite Übung. Wir berühren die Fersen. Hoch. Tief. Und hoch. Okay. Nochmal schön durchatmen. Noch 5 Sekunden. 3. 2. 1. Und tief. Hoch. Tief. Und hoch. Sehr schön. Schön darauf achten. Knie hinter die Zehenspitzen. Schultern schön tief. Bauch ist angespannt. Tief. Hoch. Sehr schön. 30 Sekunden. Achte auf die Stabilität im Knie. Tief. Und hoch. Tief. Hoch. Tief. Und hoch. Sehr schön. Noch 15 Sekunden. Sehr schön. Noch 10. Noch 10. 5. 4. 3. 2. Und Pause. So. Nächste Übung. Hüftbreiter Stand. Wir hoffen uns tief. Knie hinter die Zehen und Arme nach oben. Okay. Bereit. Und los geht's. Hüftbreiter Stand. Knie hinter die Zehen und Arme hoch. Wer jetzt noch ein bisschen. Wer jetzt noch ein bisschen Power will. Kann die Arme noch mit dazu beginnen. Ansonsten Arme nicht einhalten. Die Schultern sind schön tief. Bauch ist angespannt. Und die Knie hinter den Zehenspitzen. Okay. Schön die Spannung halten. Und Hals. Nase ein. Mund auf. Auf. 15 Sekunden. Noch 10. Durchhalten. Noch mal ein Stückchen tiefer. Noch 5. 4. 3. 2. Und hoch. Gangen. Pause. Das war die nächste Übung. Gewicht wird verlagert. Knie ist locker. Bein nach vorne. Und hinten. Balance im Knie. Okay. Achtung. Los geht's. Gewicht verlagern. Vor und ohne abstellen. Nach hinten. Vor. Zurück. Sehr schön. Versuch die Stabilität zu halten. Versuch die Stabilität zu halten. Auch hier nochmal schön durchatmen. Schultern ziehen. Und wer hier mag, kann auch noch einen kleinen Sprung mit einbauen. Zack. Versuch die Balance zu halten. Noch 15 Sekunden. Sehr schön. Und zack. Noch 10. Noch 5. 4. 3. 2. Und locker. Nächste Übung. Schön Power. Beine fest. Oberkörper fest. Und schnelles Laufen. Okay. Nochmal durchatmen. Bereit. 3. 2. 1. Und los geht's. Schön schnelle Beine. Oberkörper. Es kommt. Bleib fest. Okay. Die Beine arbeiten. Oben ist die Stabilität. Bauch ist fest. Nur die Beine arbeiten. Okay. Schön Gas geben. Atmen nicht vergessen. 30 Sekunden noch. Schultern ziehen. Schön durchhalten. Noch 20 Sekunden. Noch 15. Noch ein Stückchen schneller. Sehr schön. Die letzten 10. 9. 8. 7. Power. 6. 5. 4. 3. 2. Und locker. So. Wir kommen auf den Boden. Arme sind unter den Schultern. Wir drücken uns hoch zu den 10 Spitzen. Und kommen tief. Hoch. Und tief. Okay. Okay. Wir kommen in die Ausgangsstellung. Und los geht's. Arme nach vorne. Hoch. Seh. Tief. Hoch. Und tief. Ganz wichtig ist es hier. Wir kommen wirklich wieder tief in die Liegestütze. Dann erst wieder nach oben. Okay. Wenn du nicht zu deinem Zeh kommst, auch kein Problem. Einfach zum Oberschenkel. Fahr nach oben. Und natürlich zum Zeh. Noch 10 Sekunden. Noch 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Und auf die Knie. So. Über die Seite. Auf den Sitz. Beine kommen gleich nach oben. Hände an die Brust. Und den Oberkörper ziehen. Okay. Bereit. Hände an die Brust. Los geht's. Und drehen. Sehr schön. Rücken ist gerade. Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule. Und drehen. Falls es hier zu schwer ist, kannst du auch einfach einen Fuß auf den Boden stellen. Oder auch beide. Ansonsten versuche es, die Beine nach oben zu nehmen. Schön in den Bauch drehen. So. Noch 15 Sekunden durchhalten. Noch 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Und tief kommen. So. Wir kommen zur vorletzten Übung. Die Burpees. So. Hoch. Tief. Und hoch. Vor. Und hoch. Okay. Schön lang machen. Gerade, gerade. Der Rücken. Und los geht's. Hoch. Und tief. Hoch. Und tief. Falls du Knieprobleme hast, kannst du auch einfach nach hinten laufen und nach vorn. Zurück. Vor. Hoch. Hoch. Und zack. Schön Gas geben. Hoch. Hoch. Noch 15 Sekunden. Halte durch. Die letzten 10. Hoch. Noch 5. Und wir bleiben unten halten. Halten, halten, halten. Ganz wichtig ist es. Rücken gerade. Und jetzt gleich mit die Hände zu den Ellenbogen. Also hoch. Hoch. Gewicht verlagern. Okay. Letzte Übung. Los geht's. Hoch. Hoch. Schön durchhalten. Rücken gerade. Popo angespannt. Bauch fest. Noch 30 Sekunden. Schön durchhalten. Atme weiter. Noch 20. Noch 15. Bauch fest. Verliert die Spannung nicht. Letzten 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 4. 2. 1. Und auf die Knie. Und zurückkommen. So. Erste Runde haben wir geschafft. Du darfst kurz schnell was trinken gehen. Wir sehen uns gleich in der zweiten Runde. Bis gleich. Pause ist vorbei. Nächste Runde. Diesmal sind es nur noch 30 Sekunden. Aber dafür auch nur noch 10 Sekunden Pause. Also es ist nochmal ein bisschen intensiver. Ich möchte nochmal ein bisschen mehr Power von dir sehen. Okay. Erste Übung wieder ganz normal. Beine öffnen. Tief. Hoch und tief. Okay. Bereit. Wir fangen 30 Sekunden. Los geht's. Beine öffnen. Und so. Sehr schön. Zack. Zick. Nur 30 Sekunden. Also schön Power geben. Okay. Keine Pause. Knie schön öffnen. Bauch fest. Sehr schön. 10 Spitzenfeigen nach außen. 15 Sekunden. Sehr schön. 10. Noch 5. 4. 2. 2. 1. Okay. Nächste Übung. Okay. Durchatmen. Pause vorbei. Los geht's. Tief. Hoch. Schultern tief. Sehr schön. Tief und hoch. Tief und hoch. Sehr wichtig. Bauch ist eingespannt. Knie hinter die Zehen. Und Schultern bleiben tief. Und hoch. Tief. Hoch. Noch 10 Sekunden. Sehr schön. Schön durchhalten. Noch 3. 2. 1. Und Pause. Arme hoch. Tief sitzen. Okay. Schön durchatmen. 3. 2. 1. Arme hoch. Und zu. Nase ein. Und aufatmen. Schultern tief. Und schön tief kommen. Noch 20. 20. Noch 10 Sekunden. Schön durchhalten. Noch mal tiefer. Schultern tief. Und die Arme mit dazu. Noch 5. 4. 3. 2. Und hoch. So. Fuß wechseln. Knees locker. Bein vor. Und zurück. Okay. Durchatmen. 3. 2. 1. Los geht's. Und hoch. Und zurück. Hoch. Und tief. Versuch die Balance zu halten. Spür's im Knie. Wie dein Knie dich ausbalancieren möchte. Hoch. Und tief. 15 Sekunden. Bau den Sprung mit ein. Hoch. Und tief. Hoch. Tief. Sehr schön. Letzten 10. Halte durch. Hoch. Und tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Sehr schön. Pause. So. Schnelle Beine. Okay. Bauch ist angespannt. Los geht's. Und schnelle Beine. Bauch fest. Blick geradeaus. Und die Beine arbeiten. Sehr schön. Schön Gas geben. Halt durch. Nochmal tauchen. Gib nochmal mehr. Sehr schön. Atme schön weiter. Beine ist breit. Noch 10 Sekunden. Sehr schön. Noch 5. 4. 3. 2. Und locker. So. Wir kommen in die Planke. Zehenspitzen berühren. Okay. Auf den Boden kommen. Beweit. Arme Ausgangstellung. Wir kommen hoch. Und Zehenspitzen. Tief. Hoch. und tief. Sehr schön. Schön tief kommen. Bauch ist angespannt. Puppel fest. Und Schulter. Ellenbogen sind gebeugt. Wir haben nur noch 10 Sekunden. So. Noch 5. 4. 3. 2. 1. Auf die Knie. Bein nach vorne. Wir kommen zum Bauch. Arme vor die Brust. Füße hoch. Und zur Seite. Okay. Los geht's. Und zack. Sehr schön. Rücken ist gerade. Kopf ist lang. Füße hoch. Auch hier. Falls du keine Kraft mehr haben solltest. Ein Bein auf dem Boden. Sehr schön. Noch 10 Sekunden. Halb durch. Noch 5. 4. 3. 2. 1. Und über die Seite. Nach oben kommen. Schritt nach vorne. Wir kommen zu den Burpees. Hoch. Und tief. Okay. Bereit. Los geht's. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Sehr schön. Mach dich ganz lang um. Hoch. Tief. Sehr schön. Noch 15 Sekunden. Hoch. Und tief. Bauch ist angespannt. Die letzten 10. Rücken fest. 3. 2. Und halten. Okay. Halten. Auch hier wieder. Rücken ist gelang. Schultern fest. Und die Schultern. Okay. Los geht's. So. Arme hoch. Die letzte Runde. Gib nochmal alles. Bauch ist angespannt. Rücken fest. Zieh durch. Atmen. Sehr schön. Die letzten 10 Sekunden. Noch 8. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Und auf die Kiel. Und den Lippen lang machen. Kopf zum Boden. Nase tief ein. Und aus. Noch einmal tief ein. Und ausatmen. Wirbel für Wirbel ausrollen. Am Oberschenkel halten. Und den Rücken lang ziehen. Tief ein. Und ausatmen. Den Rücken lang. Noch einmal tief ein. Und ausatmen. Wir locker bleiben. Einen Schritt nach vorne machen. Am Oberschenkel halten. Und dich nach oben drücken. Die Schultern noch einmal schön kreisen. Hoch. Und tief. Hoch. Tief. Einmal tief einatmen. Über die Seite. Hoch. Und tief. Ein. Und aus. Das letzte Mal. Und aus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt Spaß gehabt. Wer jetzt noch Power hat, kann gerne den 30 Sekunden Intervall nochmal wiederholen. Für die anderen, ihr habt es geschafft. Hoffentlich seid ihr auch so kaputt. Wir sehen uns im nächsten Video. Bleibt gesund. Und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao.